Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Doppeltutorial, denn zu Python 3.11 ist nun ein Release Candidate erschienen. Ein Release Candidate meint so viel wie, das ist das, was wir wahrscheinlich bald veröffentlichen werden, nur noch ein paar kleinen Bugfixes und wir sind fertig. Sozusagen eine Beta. Und ja, ihr solltet natürlich keinen Release Candidate wirklich als echte Python-Version bei euch benutzen, mit der ihr eure Skripte laufen lasst und so weiter. Da könnten Bugs drin sein. Aber zum Testen und euch ein Tutorial zeigen mit den neuesten Features, das kann ich definitiv schon mal machen. Ihr könnt das Ganze dann sehr, sehr bald schon benutzen. Okay, also, wir wollen aber auch noch eine zweite Sache machen und das machen wir heute als allererstes Tutorial. Und das bezieht sich jetzt nicht ausschließlich auf Python 3.11 oder die Version danach. Denn dieses Modul, das ich euch zeigen möchte, ist dazu da, die echte Performance von Python zu testen. Die echte Performance meint so viel wie, ja, natürlich kann ich mal gucken, wie schnell ein bestimmter Befehl ist. Ja, natürlich kann ich mal gucken, wie schnell irgendwas anderes ist. Aber mit PyPerformance, das ist ein Modul, das wir gleich benutzen werden, testen wir die tatsächliche Geschwindigkeit bei zum Beispiel Websites, bei zum Beispiel dem Evaluieren von Dateien und so weiter und so fort. Und damit kriegen wir einen ziemlich realistischen Benchmark raus. Denn, und jetzt kommt der Grund, warum wir das jetzt bei 3.11 machen, Python 3.11 hat als größtes Feature angegeben, und das will ich euch ganz kurz zeigen, es ist zwischen 10 und 60% schneller als Python 3.10. Im Durchschnitt 25% schneller im Standard-Benchmark. Und das wollen wir natürlich selbst überprüfen, und natürlich können wir das auch insgesamt machen. Damit könnt ihr auch sehen, wie schnell denn Python eigentlich bei euch auf dem System läuft. Und deswegen dachte ich mir, ist das eigentlich ein Tutorial wert. Aber ganz ehrlich, 60% schneller, also bis zu 60% schneller, im Durchschnitt 25%, das ist wirklich, wirklich viel. Und ich bin ein bisschen gehypt, wie das Ganze denn aussieht. Ich habe selbst nur geguckt, dass das Setup funktioniert, mehr habe ich noch nicht gemacht. Aber ich zeige euch natürlich sofort, wie man das ganze Setup hier hinkriegt. Also, zunächst einmal brauchen wir Python 3.11. Als allererstes brauchen wir hier eine Software. Ah, genau, ich habe mich einmal hier kurz als Root angemeldet, das heißt sudo su gemacht. Damit kann ich euch quasi hier ersparen, wir uns ein paar Mal sudo zu schreiben, weil wir jetzt gerade einfach nur Software installieren wollen. So, normalerweise ist es zwar schon installiert, ich zeige euch trotzdem, wie es installiert, falls das noch nicht der Fall ist, und zwar wir brauchen apt-install-software, Software, okay, kein Autocomplete heute für mich, Software-Properties-common. Das sollte schon installiert sein, aber falls nicht, mach das vorher. Dann wollen wir ein neues PPA, ein neues Repository, also quasi externe Paketquellen hinzufügen, ja. Das machen wir mit addapt-repository und bedenkt bitte, dass solche externen Repositories nicht offiziell überprüft werden, das heißt, hier muss man sehr, sehr vorsichtig sein, im Zweifelsfall auch gerne danach wieder rauswerfen. Oder zum Beispiel in einer virtuellen Maschine machen und dann einfach zurücksetzen, so wie ich das hier immer mache. So, deadsnake-ppa. Genau, in meinem Fall sollte das eigentlich schon, ist noch nicht drin, okay, dann machen wir es nochmal und genau, wenn das fertig ist, das dauert nicht allzu lange, dann müssen wir hier trotzdem einmal ein apt-update durchführen, damit wir hier auch die neuen Paketquellen verwenden können. So, und wenn wir das gemacht haben, dann können wir Python 3.11 installieren. Python 3.11 kann man auf mehrere Arten installieren. Es gibt apt install python 3.11, das könnt ihr wunderbar benutzen, würde ich euch aber tatsächlich nicht empfehlen, denn dann funktioniert zum Beispiel das Benchmarken nicht, ihr habt nur wenige Module verfügbar und so weiter und so fort. Was wir wollen, ist, wir wollen das Python 3.11 full, wenn es mir angezeigt wird. Python 3.11 full. So, davon hängt natürlich Python 3.11 ab, ja, oder das braucht 3.11, das ist klar. Und wir brauchen ein paar andere Sachen noch, die zusätzlich installiert werden. Aber wir brauchen eben diese volle Version, damit wir hier alles machen können. So, und wenn wir jetzt das Ganze installiert haben, das dauert ein bisschen, dann haben wir Python 3.11-version haben wir verfügbar, ja. Das heißt, wir haben hier 3.11.0 RC1, Race Candidate 1, oder quasi Beta-Version, ja. Wenn ihr hier einfach 3.11 dann eingebt, dann könnt ihr das auch schon hier benutzen und hier alles machen, was ihr auch mit Python machen wollen würdet. Machen wir noch in separaten Tutorials. Ich will euch die ganzen zusätzlichen Peps auch vorstellen. So, was wir jetzt allerdings hier drin auch machen können, ist, wir können natürlich Module für Python 3.11 installieren. Und einmal haben wir hier, erstmal brauchen wir pip, stimmt, wir brauchen erstmal pip. Dementsprechend gehen wir hierher und sagen, apt install python, wieso wird mir das nicht vorgeschlagen? Python pip. Ah, stimmt, ich bräuchte Python 3 pip, bitte. Genau das hier. So. Und das ist im Endeffekt, um extra Module zu installieren. Also, das kennt ihr wahrscheinlich schon aus meinen ganzen anderen Videos. Brauchen wir. So, jetzt haben wir folgende Situation. Wir haben einmal, wenn wir Python 3.10 angeben, haben wir Python 3.10 zur Verfügung. Wenn wir Python 3.11 angeben, haben wir Python 3.11, den Race Candidate, zur Verfügung. Und das ist genau das, was wir wollen. Was wir jetzt also machen ist, wir Performance testen 3.10 und wir Performance testen 3.11 mal durch. Und das machen wir über PyPerformance. Und das wollte ich euch ja eben noch zeigen, wie man das installiert. Ihr müsst PyPerformance übrigens für jede Version von Python installieren. Das heißt, in jedem, also für 3.10 und für 3.11, wenn ihr die beiden miteinander vergleichen wollt, müsst ihr das Ganze bauen, damit ihr die beiden auch euch wirklich angucken könnt. Und das heißt, wir haben hier einmal Python 3.10 minus m pip. Install PyPerformance. Und jetzt könnten wir eigentlich tatsächlich hier mal erstmal, bevor wir das machen, äh, Quatsch. Sorry. So, jetzt haben wir hier einmal keine Root-Rechte mehr. Ja, das brauchen wir nicht. Also Python 3.10 minus m pip, also das Modul pip bitte benutzen. Install PyPerformance. So, und jetzt bauen wir uns erstmal oder holen uns erstmal PyPerformance. In dem Fall ging das relativ schnell. Jetzt machen wir aber genau dasselbe auch nochmal mit Python 3.11, denn für Python 3.11 brauchen wir auch PyPerformance. Sonst funktioniert das Ganze eben nicht. Und jetzt können wir hier das Modul PyPerformance benutzen, um eben einen Benchmark laufen zu lassen, indem wir eben genauso wieder hier ein Modul starten. Also Python 3.10, wir fangen mit 3.10 an, habe ich mir gerade überlegt. Python 3.10 minus Modul soll bitte sein PyPerformance. Das heißt, starte PyPerformance und lass es laufen tatsächlich. Es gibt noch ein paar andere Befehle, wie Show, Compare, List oder VEnf. Brauchen wir nicht. Wir wollen nur die Performance laufen lassen, also den Benchmark laufen lassen. Und zwar mit der Python-Version, minus minus Python ist gleich. So, und jetzt machen wir was, was nachher zu einem Fehler werden wird. Python 3.10. Wir werden gleich einen Fehler kriegen, zeige ich euch aber auch, woran das liegt. Ihr sollt es ja verstehen, nicht einfach nur abtippen. So, minus O steht für Output, und zwar wir wollen den Output Py310. Ups, das war mein Num-Block, der nicht aktiv war. 3.10.json sind die Ausgabedateien. So, wenn wir das hier starten, dann sehen wir hier, oh oh, no such file or directory home morphoise Python 3.10. Und das ist ein bisschen schlecht in den Dokus auch offiziell angegeben. Deswegen zeige ich euch das extra, mit einem extra Hint. Achtung hier, das ist ein bisschen weird. Was wir hier tatsächlich versuchen, ist, wir versuchen Python 3.10 in unserem Home-Folder zu finden. Und das funktioniert natürlich nicht. Wenn ihr rausfinden wollt, wo unter Linux eine ausführbare Datei ist, dann könnt ihr which benutzen. Das heißt, which python 3.10. Und ihr bekommt gesagt, aha, das Ding liegt in userbin 3.10, also python 3.10. Also geben wir hier nicht python 3.10 an, sondern slash user slash bin slash python 3.10 minus outputpy 3.10.json. Und dann sehen wir, läuft der Benchmark hier durch. Erstmal muss sehr, sehr viel installiert werden. Das heißt, es wird pip installiert, es werden Setup-Tools installiert und dann werden auch wirklich Module nachinstalliert. Sehr, sehr viele Module werden nachinstalliert. Deswegen mache ich diesen Test hier eigentlich nur ganz gerne in einer virtuellen Maschine. Ihr könnt das aber auch lassen, wenn ihr das nicht wollt. Also hier sehen wir auch zum Beispiel, hier werden Crypto-Libraries durchgetestet, hier wird Delta Blue durchgetestet, Django für Web wird durchgetestet und das muss natürlich alles erstmal installiert werden. Und das dauert eine ganze Zeit, deswegen schneide ich den Test hier mal raus. Wir sehen hier übrigens aber, dass wir insgesamt 48 solche Performance-Tests haben und wir sehen hier auch, was da alles immer durchläuft die ganze Zeit. Ja, also kurz rausgeschnitten, bis gleich. So, das Ganze hat jetzt tatsächlich ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Also es ist nicht schnell, ja, muss man vielleicht dazu sagen. Und in meinem Fall sind wir jetzt durchgelaufen, wir sehen hier, das Ganze läuft automatisch, bis eben einfach das Alphabet durchgegangen ist. Aber es testet eben auch Module wie zum Beispiel Pickle oder Raytrace oder sowas. Das ist super gut. So, jetzt wollen wir dasselbe, aber natürlich auch noch machen mit Python 3.11. Und deswegen wechseln wir hier einfach mal, wobei ich gerade nicht weiß, ob Python 3.11 auch da liegt. Python 3.11. Auch in User Bin. Python 3.11. Das ist perfekt. Jetzt kann ich hier einfach sagen, ich möchte das Ganze mit Python 3.11 laufen lassen. So, und ja, auch das dauert ein bisschen natürlich, auch das installiert wieder diese ganzen Tools wieder für eine neue Python-Version, nämlich 3.11. Und damit kann man auch sehr, sehr viel machen. Gut, lassen wir durchlaufen, dann zeige ich euch, wie ihr das Ganze vergleichen könnt. Okay, ihr Lieben, da sind wir wieder. Ja, es ist jetzt fertig durchgelaufen. Wir sehen hier allerdings, dass vier Benchmarks hierbei gefehlt sind, nämlich einmal SQL Alchemy, Dual Witch, Log und Genji. Und Genji war, meine ich, auch schon beim letzten nicht dabei gewesen. Das kann ganz einfach daran liegen, dass wir natürlich hier vielleicht die Library noch gar nicht für 3.11 zur Verfügung haben. Und dass die Library einfach Breaking Changes hat. Das heißt, dass die einfach da nicht drin läuft. Das ist aber nicht schlimm. Wir können unsere Benchmarks trotzdem vergleichen und haben jetzt hier in unserem Fall die zwei Python-Jasons. Ich kann die mal kurz uns angucken, damit wir die mal in roh sehen. Das sieht dann so aus. Und ja, würde jetzt nicht sagen, dass das hübsch ist, aber wir können sie tatsächlich soweit auch vergleichen. Indem wir hier zum Beispiel einfach sagen Python 3.10. Minus Modul und jetzt nehmen wir hier PyPerf. Oh, ja, mein Finger. PyPerf. Also nicht Performance, sondern Perf. Das ist im Endeffekt genau das, was wir zum Analysieren und zum Vergleichen benutzen können. Jetzt können wir hier ganz einfach sagen Compare Compare to, weil wir die beiden ja vergleichen wollen. Jetzt haben wir hier einmal das Py3.10.json und das zweite ist Py3.11.json. Was wir wollen ist eine Table. So, und was wir bekommen ist dann auch tatsächlich eine Table und wir sehen, dass dieses Versprechen von 1,25 Mal schneller nicht ganz in der Realität erreicht werden kann. Wir sehen aber hier durchaus, dass Python deutlich schneller ist. Das heißt zum Beispiel bei 2.2.3 in der Library sind wir 1,09 Mal schneller, bei Chameleon 1,2 Mal schneller, bei Chaos 1,4, Krypto 1,25, Delta Blue 1,47, Django 1,19 und das ist übrigens sehr beeindruckend, gerade weil wir eben Django auch sehr, sehr viel im Web sehen. Das heißt, Websites werden dadurch halt sehr, sehr viel schneller. Selbst Float ist deutlich schneller, also quasi einfach nur Rechnen mit Zahlen ist um fast Faktor 1,3 schneller. HTML5 und Pickle hier zum Beispiel auch, gut, das ist gar nicht mal so viel schneller, kann aber bei euch auch natürlich variieren. Und ich würde jetzt tatsächlich mal sehr, sehr gerne von euch hören, wo ist denn Python bei euch deutlich, deutlich schneller. Mit deutlich meine ich sowas wie 1,35 oder 1,49, also sowas wie SciMark oder hier auch Raytrace, ja die ganzen richtig performance intensiven Anwendungen, da sehen wir ist Python in Version 3.11 eben bei mir zumindest deutlich schneller geworden, während ja Python 3.10 auch schon gar nicht mal so schlimm war. Genau, würde mich mal wahnsinnig interessieren, wie das bei euch auf dem System aussieht. Ihr habt mein Benchmark jetzt hier gesehen, das ist wie gesagt alles in einer virtuellen Maschine, das heißt die Zahlen sind hier nur bedingt vergleichbar, weil diese virtuelle Maschine glaube ich nur einen Kern hat und ich mich weigere ihr mehr zu geben. Deswegen, das kann bei euch natürlich auch nochmal ein bisschen anders aussehen und mich würde es sehr interessieren. Deswegen schreibt mir das gerne in die Kommentare und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ich danke euch, bis dann, ciao.